Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören Homes with Home von Joy Fielding, gelesen von Ulrike Zetschacher. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Danny sitzt hinter dem Lenkrad ihres schwarzen Mercedes. Der Motor läuft, die Fenster sind offen, das Garagentor ist geschlossen. In ein paar Minuten könnte alles vorbei sein, denkt sie. Sie blickt in den Rückspiegel, streicht ihr Haar aus dem Gesicht und entblößt eine golfballgroße Schwellung, die Folge des jüngsten Ausbruchs ihres Mannes. Ihr Kopf pocht immer noch, seit Nick gestern Abend nach dem Essen ein Büschel ihrer Haare gepackt und ihren Kopf mit solcher Wucht auf die Tischplatte geschlagen hat, dass das Glas gesplittert ist. Jetzt verläuft unter der Oberfläche ein gezackter Sprung wie eine Narbe. Was ist mit dem Tisch passiert? hat Taylor heute Morgen gefragt, als er zum Frühstück herunterkam. Danny hat so getan, als hätte sie den Sprung vorher gar nicht bemerkt. Ich weiß nicht, antwortet sie. Das ist seltsam. In Wahrheit weiß Danny genau, was Nick provoziert hat. Er war verärgert, weil sie vergessen hatte, seine Hemden in der Reinigung abzuholen. Und als sie beiläufig vorgeschlagen hat, es sei vielleicht eine gute Idee, wenn er seine Hemden in Zukunft selbst abholen würde, die Worte waren über ihre Lippen, ehe sie die Folgen bedenken konnte, ist er explodiert. Zum Glück waren die Jungen schon oben und haben sich fürs Bett fertig gemacht. So dass sie nichts gesehen und gehört haben. Nie sieht jemand etwas, denkt sie. Nie hört jemand etwas. Nichts Böses sehen, nichts Böses sagen. Sie atmet ein, fragt sich, wie lange es dauert, bis die Garage sich mit Kohlenmonoxid gefüllt hat und sieht in der zunehmend giftigen Luft die Gesichter ihrer beiden Söhne Gestalt annehmen. Sie stellt sich vor, wie der Bussi nach ihrem Tag im Camp zu Hause absetzt. Ihre wachsende Verwirrung, als trotz wiederholten Klopfens niemand die Tür aufmacht und wie die Verwirrung in Entsetzen umschlägt, als ihr Vater ihnen berichtet, was ihre Mutter getan hat. Konnte sie ihnen das wirklich antun? Konnte sie sie mit einem Monster allein lassen? Ben würde vielleicht überleben. Er war immer der Härtere der beiden Jungen. Aber Tyler? Wieder spürt sie sie an die Tür klopfen. Das Geräusch wird markanter und beharrlicher. Es dauert einen Moment, bis Danny begreift, dass es nicht in ihrem Kopf ist, sondern dass tatsächlich jemand von außen an das Garagentor hämmert. Danny, ruft eine Stimme. Danny, sind Sie da drinnen? Eilig stellt Danny den Motor ab, öffnet das Garagentor mit der Fernbedienung, steigt aus dem Wagen und stolpert an die frische Luft. Maggie steht vor ihr. Mein Gott, ruft sie und zieht Danny auf die Auffahrt. Was zum Teufel ist passiert? Hustend versucht Danny, den Nebel in ihrem Kopf zu vertreiben und mit einer plausiblen Erklärung aufzuwarten. Ich bin in den Wagen gestiegen und irgendwas stimmte nicht mit dem Radio. Ich habe versucht, es zu reparieren. Ich habe wohl vergessen, dass das Garagentor noch geschlossen war. Und sie erkennt, dass Maggie nicht mehr zuhört, sondern stattdessen auf die Beule an ihrer Schläfe starrt. Sie tastet mit den Fingern darüber. Mir ist schwindlig geworden und ich muss mit dem Kopf auf das Lenkrad geschlagen sein, improvisiert sie. Wie haben Sie... Ich habe Leo ins Camp gebracht und als ich zurückgekommen bin, habe ich einen laufenden Motor gehört. Und mir war, als hätte ich Benzin gerochen, erklärt Maggie. Wahrscheinlich sollten wir sie zu einem Arzt bringen. Nein, nein, das ist bestimmt gleich besser. So lange war ich auch nicht da drin. Maggie platziert Danny langsam auf den Rindstein und zieht ihr Handy aus der Tasche. Lassen Sie mich wenigstens Ihren Mann anrufen. Nein, sagt Danny heftiger als beabsichtigt. Bitte, ich will nicht, dass er sich Sorgen macht. Er hat so viel zu tun. Bitte, rufen Sie ihn nicht an. Widerwillig steckt Maggie das Handy wieder ein. Nach einer längeren Pause fragt sie, was ist hier wirklich los, Danny? Wie meinen Sie das? Tränen schießen in Dannys Augen. Das habe ich Ihnen doch erzählt. Und war das wirklich ein Unfall? Natürlich. Kommen Sie mit rein. Ich mache Ihnen einen Kaffee. Wir können reden. Nein, das ist sehr freundlich von Ihnen, wirklich. Aber ich habe keine Zeit. Sie blickt auf die Uhr. Ich habe eine Praxis voller Patienten, die auf mich warten. Sie geht vorsichtig zur Garage. Maggie ist wartend stehen geblieben. Ich glaube nicht, dass Sie fahrtüchtig sind. Mir geht's gut, ehrlich. Sie tastet sich durch die nach wie vor in der Luft hängenden giftigen Schwaden und setzt sich hinters Steuer. Und vielen Dank, ruft sie, als sie den Mercedes rückwärts in die Ausfahrt und auf die Straße setzt und mit der Fernbedienung das Garagentor schließt. Vielleicht haben Sie mir gerade das Leben gerettet. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wo euch das Hörbuch gefallen hat. Das Hörbuch gibt es in einer umgekürzten sowie in einer gekürzten Fassung. Das gekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 8 Stunden und 3 Minuten. Das umgekürzte Hörbuch geht 2 Stunden länger und hat eine Laufzeit von 10 Stunden und 5 Minuten. Das Hörbuch ist am 26.07.2021 bei der Hörverlag erschienen. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.